Diese acht Meter hohe Edeltanne ist das Prunkstück des Nehburger Weihnachtsmarktes in Neuenburg bei Farel. Jedes Jahr spendet ein Bürger den Organisatoren vom Gewerbeverein eine Tanne. Nur dieses Mal ging gehörig etwas schief. Die Organisatoren fällten den falschen Baum, sehr zum Leitwesen von Besitzer Bernhard Söbke. Als ich das Haus gekauft habe vor elf, zwölf Jahren, da war es hier ein kleiner Baum, der mal bevor Weihnachtsbaum gewesen war, bei dem Vorbesitzer dieses Hauses. Und ich habe ihn gut gepflegt. In der ersten Zeit habe ich ihn im Sommer auch oft gewässert, wenn es sehr trocken war. Einen Schlauch dabei gelegt, damit er genügend Wasser bekommt. Wir haben nicht gewagt, auch nur einmal einen Zweig daraus zu schneiden, weil eben der Baum so schön war. Jetzt erinnert nur noch ein Baumstumpf an die ehemals so prächtige Tanne. Aber wie konnte es überhaupt zu der Verwechslung kommen? Ein Erklärungsversuch des Gewerbevereins. Am Samstag hingefahren, haben auch die Adresse genannt bekommen von jemandem hier aus dem Ort. Und der hat uns auch den Standort beschrieben, wo genau der Baum steht. Und die Standortbeschreibung war uns auch geläufig. Und so sind wir dann am Samstag im Vorfeld auch schon mal vorbeigefahren, weil wir das ja mit einem Kran machen. Man sieht es ja hier, das ist ja eine große, acht Meter Edeltanne. Die darf ja auch nicht beschädigt werden. Und dann mit unserem Zimmermann hingefahren mit seinem Mobilkran. Danach ging es der Edeltanne an den Stamm, wohlgemerkt unter den Augen der anwesenden Presse. Dass es sich dabei gar nicht um den richtigen Weihnachtsbaum handelte, fiel erst am nächsten Tag auf. Ich war nicht da, ich kam erst abends im Dunkeln wieder. Und dann bin ich hier rumgefahren. Und weil ich da noch was anderes zu sehen hatte, habe ich gar nicht gemerkt, dass der Baum fehlte. Erst am Sonntagmorgen, als ich gegen 9.45 Uhr hier war, sah ich, dass der Baum total weggerangt war. Ich habe dann die Polizei benachrichtigt. Ja, dann nahm alles seinen Lauf. Der Gewerbeverein hat nun zugesagt, für den entstandenen Schaden aufzukommen. Dennoch, dem Weihnachtsmarkt wird Bernhard Söbke dieses Jahr fernbleiben. Das wird in diesem Jahr wohl nichts werden. Ich mag das nicht. Ich mag nicht sehen, wie der da steht. Nach dem Markt am 3. Advent wird er dann als Weihnachtsbaum in der evangelischen Kirche dienen. Auch das ist irgendwie unglücklich für Bernhard Söbke. Ich bin ja katholischer Pfarrer und für die evangelische Kirche gebracht aus dem Werk der Ökumene, denke ich mal, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Aber ich habe mir natürlich Ökumene eigentlich ganz anders vorgestellt. Vielleicht kann Bernhard Söbke ja im nächsten Jahr über das Missgeschick lachen. Der eigentliche Weihnachtsbaum ist nun übrigens für den Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr vorgesehen. Wenn es denn dann der richtige ist. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja.